Ein Helikopter-Part Hilfe! Hattet ihr alles am Boden? Was soll da denn? Hilfe! Da kommt eine von rechts Da müssen wir ein Gear finden, dann hast du eine gesilenzte Wache und genug Munition, um alle zu uns auf einmal überhaupt zu knallen Oh Gott, hier sind so komische Steine, ich glaub ich brech mir hier gleich die Beine Naja, das reimt sich sogar Oh Das war raviniert Main Rotor Assembly Ich hab gerade irgendwie zu viel Zeug dabei gehabt, aber dann hatte ich irgendwie alles gleichzeitig dabei Aber jetzt hab ich das ausgesehen alles gedroppt Ja, ich hab auch immer so viel Zeug dabei, das ist echt krass Ich kann ja wieder einen totschmeißen Ich kann das mitnehmen Benzin mit und Main Rotor Assembly ... ... ... ... Kann sein das auf den Türmen auch Zombies, oooohh, da hab ich einen AK gefunden Nicht auf den Türmen, aber die können da sein, wenn du da hochläufst, kann es sein, dass die hier komplett hochlaufen, hinterher Hihihihi, ich hab einen AK gefunden GZ, ich glaube in dem Spiel gibt es mehr AKs als andere Wo ist das auf der Map? Jetzt lasst mir, ja ok, auf der nächsten Tag schließlich noch einen AK Also ich wollte gerade noch sagen, jetzt lass mir doch den bla bla, das stimmt ja alles gar nicht Ich hab den ganzes Auto gefunden, alles mögliche, Reifen Ich hab nen Heatpack gefunden Super, jetzt schmeißt ihr die Granaten an, statt mit der Axt zu hauen Ja kenn ich, hab ich von auch gehabt Ohn, Painkillers Jetzt bin ich voll bluten Ich bin hier der King Hast du gesagt, an so nem Wasser-Ding, was sie nennen? An so nem Tümpel? Ja, ich glaub da ist, nein kein Wasser, da ist ein Meer, See, Enge, irgendwas Achso Ich glaub da ist sogar ne, ähm Scheiße, wie heißen die Dinger Äh, so nem Staudamm Achso, ne, ich hab hier nur so nen kleinen See gefunden, äh, Pfütze Ach, ich muss das Ding hier wieder runterlaufen Ich hab heute nen Heuhaufen gesucht, um da runter zu springen Weil ich fand ein anderes Spiel Also wenn er leere Dosen braucht, ne, ich hab welche Ich hab auch welche Ich hab noch ne Toolbox Wir finden hier Waffen und fette Ausrüstung und Timo findet Toolbox und Reifen Ich hab ein ganzes Auto gefunden Hier ist nur ein Punk, also wo ich bin, da kannst du locker ein ganzes Auto zusammenbauen Der entstehen würde Und heißt nicht jetzt, wenn man in Combat ist, was hat man denn davon? Dann bist du im Kampf Dann hast du gar gute Zombies, glaub ich Was hab ich dann? Ja, gute Zombies, die hinter dir her sind Gut Gott, hier laufen alles ne Zombies rum Und dann Fahr da weg Ja, wahrscheinlich wenn die dich ne paar Sekunden nicht sehen, äh, lassen die ab Ich bin gar nicht drauf geachtet Ja, da greift mich an, jetzt bin ich noch nicht im Combat, obwohl der auf mich zuläuft Hm, dann ist das nur mit Spielern Letztes Spiel, ob sich schießt oder was weiß ich Ja, 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 getroffen, tot Ah, da war's im Combat Wenn der angeschossen wurde, bist du 30 Sekunden im Combat Ich hab mal gehauen jetzt Da unten sind Zombies, das heißt da sind auch Spieler Aber da unten gibt's nichts, da sind dort Zombies, waren da wahrscheinlich Tiere Bis mir der nächste Spiel in den Arsch schießt Dann weiß ich, dass es keine Tiere war Apropos nächster Spiele, lass uns mal hier suchen Ja, ich bin ganz im Süden, ich könnt euch nicht finden Und ihr mich nicht, wenn wir nutzen, kein Fahrzeug irgendwo Wenn keiner von uns ein Fahrzeug findet Ich geh mal hier in der nächste Ding rein, mal gucken, ob da ein Fahrzeug steht Weißt du, ich guck so Videos von DayZ Und die rennen rum und finden halt irgendwie heiti-tai-ti, äh Fahrzeuge fahren stundenlang rum, knallen andere Spiele ab und so, voll geil Was ist das denn für die? Interessant, Zombies mitten im Wald, einfach so Ähm, und ich renne hier rum, fünf Minuten, sterbt dreimal und mädliche Leute von irgendwo hinschießen Weiß ich nicht, also entweder schneiden wir das nochmal zusammen Ich hitte gar nicht Ja, natürlich, ich hitte mich Ich hab ne Bandage gefunden Ich hab schon wieder Militärbasis gefunden Ich hab schon wieder Militärbasis gefunden Ich mag die nicht Irgendwie sind die Typen mit dem Heli aber auch nicht mehr abgehauen Ist der Heli dann noch da hin? Steht der da? Weiß ich nicht Ich krieg den noch nicht mehr rein, wenn ich in die Richtung guck Uh, hunting knife Alles? Ja, klar Ja Unluckin bitch of the lander Der nutter einer Meines Sohnes Hallo? Hallo? Oh, hi! Okay Wir kaufen uns Außer zu sehr guten Preisen natürlich Ne, und ein Heatpack und ein Zombie Und der ihr seid Just a little bit Und der Archer Arcan schon mit Ja, sieh nicht Ja, Hakan hat geheult, hat gesagt Ich hasse ihn, ich hasse ihn Und ist weggegangen Heulend Sieht ja gar nicht gut Ah doch, na, sechs Zombies hab ich getötet Wo siehst du das denn? I So Alter, was rennt der Zombie auf einmal? Das ist auch ein bisschen dumm gespeichert, ne? Teilweise stehen da die Stats von Toten Teilweise von denen, die auf dem Server sind Von denen, die nicht auf dem Server sind Das ist irgendwie Strain, die noch nie auf dem Server waren Vor allem die, ja Fick dich Steckte sich zwischen den Containern, der scheiß Zombie Mies Ja klar, der Ding hat nur einen Eingang von vorne über die Straße Mhm Also wenn da jetzt hier nicht das übelste Zeugung liegt Oh, oh nein, bitte nicht Geh zurück Ist immer noch keine Waffe um dich zu wehren, Vogel Doch, aber hier baller ich gar nicht hier nicht mit der AK rum Wobei ich hunderte von Zombies angeschissen komme Ja, weil da hast du die Hunde drücken Ja Los, trau dich Hab Eier Das sind mir nicht hier Zombies Ja, bei mir auch hier Äh, passt auf, ne? Mitten im Wald können die spawnen, also das ist dann, äh Ja, das ist ja toll Haben die gemacht damit, wer scheiße Dann schüttelt meine Hand so Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ich bin noch lebig Alter, wie viele kommen denn, die sehen mich hier alle Ach, sag ich jetzt nicht, ich kann jetzt hier über die Türschwelle, weil ich bin wirklich im Bund liegen Hehehehe Sobald mich ein Zombie gesehen hat, steht er dann da rechts, oder? Ja Wofür ist die Anzeige dann? Mit dem Kampfbiss Wenn du getroffen wurdest Oh, Hunting knife Ich hab jetzt schon 17 Zombies getötet Oh toll, jetzt ercampe ich mir ihren Heli Die frei ist von Zombies und da ist ein Scheiß drin Langsam sterbe ich hier, glaub ich, ich brauch Hilfe Weinst du jetzt auch über das 5-Element? Ja, ich hab eine Waffe gefunden Ich bringe eine M19 Ach, ich hab ja keinen Handgun und ich wundere mich, womit ich nicht darauf wechseln kann Hm, heh Gehst du mal nochmal… und wer war da nochmal runter suchen? Mausrad, ne? Ja Kommt der jetzt n Zombie an, wenn ich hier rausgeh, mal gucken Oh da kommt wirklich einer bitte geh, nein, 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 nein Der möchte dich nur umarmen Ja, ja, das seh ich Oh der hätte sehr wider, bei der Zombie Was ich wissen sollte, wenn ich da nicht Alles kann ich hab jetzt mal wieder nicht down gehen wollte Ach, sehr schön, dass wir zwei Morphien gefunden Jetzt kann ich mir ruhig die Beine brechen Braucht mir keine Angst haben Ich bin hier endlich ein Scheiß an Munition So, mir wird langsam alles schwarz-weiß Ich hab mir gerade noch ein Heatpack reingezogen und ich bin schon wieder am frieren Blinkt schon Unsicher, ob ich friere Und dein Tempometer da Weiß ist gut, ne? Nein, pink ist schlecht Ich hab ne Toolbox Schnell in unseren Gebäude rein Scrap Metal, brauch ich dat? Ja, zum Fickdichen, du weißt schon Ja, dann bring ich dat doch mit Also ich seh kaum noch was hier, da ist alles weiß geworden Schwarz-weiß Komm mal kurz durchbrennen Können wir auf die Aussichtstürme auch irgendwas sagen? Ja, natürlich Also ich mein jetzt auf die Aussichtstürme Ja, aber ich mein jetzt auf An den Militärbasen Die komischen kleinen Aussichtstürme da Das war ich nicht Kommt mir doch gar nicht hoch Warte Ich geh mal um Nein, da ist nichts Also ich bin in Tara Railway Station Tara Railway Station Bist du gestorben? Ja, nein, ich hab B-connected Ja, nein, ich hab B-connected Ah, guck mal, ich bin rechts auf der Map, auf der Insel da Tara? Wo seid ihr? Ich hab die Map nicht auf Ich bin ganz unten am Zipfel Und ich bin irgendwo mit Bay Erstmal zum alten Hospital Kann die Bahle sich bei ner Zombie Apokalypse freut? Kommt drauf an, wie schnell das ist Ich habe noch einen Huntingknife gefunden, oder eine? Ich habe mal eigenes Ich nehme halt mal mit Wenn mich einer killt, dann freut er sich übrigens Ich ziehe mir hier Heatpacks rein, aber meine Temperatur bleibt schlecht Welche Farbe hat die denn? Immer noch pink, aber ich habe Heatpack genommen Na klar, zwei Ext Boah, ich habe hier bestimmt 30 Zims gekillt Kleine Insel da